Halt einmal deine Presse! Das ist richtig unangenehm, das kann ich mir nicht so gut angucken, sowas. Yo! Was geht, meine Damen und Herren, wir schauen uns heute endlich mal Revifels gemeinsam mit Trimax an. Max, Alter, was geht ab? Moin, na? Ja, schön, wieder dabei zu sein. Ey, richtig nice, oder? Vor allen Dingen, wenn ich halt die ganze Zeit Geld mache, mit deinem Content zu verwessen. Ja, ja, ich seh das. Ich schau mir den mal gerne an, mit dir und Evive. Echt immer wieder ein Fest. Mit Alphastein war nicht so deins, ne? Ja, schwierig. Habe ich auch in den Klicks gemerkt. Und jetzt verwerten wir einfach meinen Content. Saugeil. Ich habe zwar nur Ausraster, Leute, aber Ausraster passieren im besten Falle dann, wenn ich gefällt habe, ne? Ja, stimmt. Und ich würde sagen, wir ziehen uns das einfach mal rein. Ich habe absolut reingeschissen, Max. Ich bin super, super schlecht in allen Games und ich würde sagen, let's go. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 60 Jahren nicht geeignet. Dieses Video könnte dich und deine Mitmenschen mit größter Wahrscheinlichkeit zutiefst verstören. Von wem ist das? Das ist so ein Typ, der klingt so wie Taddle, glaube ich. Schau mal. Guck mal, wie gut ich in Minecraft bin. Guck mal. Siehst du das? Hast du gesehen? Holy shit. Das Problem war, du kennst ja Castle Rush, ne? Ja, ja, kenn ich. Schwieriges Format und irgendwann ist man so, tilte das mal keinen Bock mehr drauf. Guck mal, ich habe 293 Tode. Siehst du das da rechts? Schrecklich. Oh ja, stimmt. Mann, 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 Mann. Ach, Simon. Alter, wie lange ist das her? Das ist 2013. 12 Jahre? Ich sehe ganz anders aus, ne? Ja, ganz weird. Ich habe das Video gesehen. Findest du mich jetzt hübscher? Boah, weiß ich nicht. Da war nicht mehr viel zu retten, aber das ist schon sehr verstörend. Schaar, dass du das sagst. Mann, wir nehmen uns schon seit einer Stunde auf. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Guck mal, wie sauer ich bin. Das ist eine scheiße Kastensprenz, Alter. Guck mal, Junge. Geil, oder? Du siehst ja aus wie ein Ultra-Nerd damals. Ja, ja. Jetzt gar nicht mehr, ne? Transformations. Jetzt hast du so einen Gebrief. Ey, das ist immer das letzte Spinnnetz hier, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Oh, jetzt, guck mal, jetzt. Achtung, es geht. Guck mal, darf ich da... Wie fandst du das? Habe ich gut gespielt, oder? Hast du richtig gut gespielt. War gut gemacht, ne? War stark. Oder hast du das, dass du das damals hauptberuflich gemacht hast? War das schon echt gut gespielt? Boah, Max, bitte hör auf, Alter. Viel Minecraft halt damals gewesen, ne? Ey, wo ist denn das? Der ist einfach neben mir explodiert, geil. Was ist das? Der spawnt vor mir. Der spawnt in mir drinnen, Mann. Guck mal, mit dieser Facecam, ne? Ja. Und diesem komischen Interface. Ja. Hatte ich damals 80.000 Zuschauer. Ich finde, ich... Ist krass. Hatte damals ein Spendenziel oben. R8 Coupé V10+. Habe ich 4.000 Euro, habe ich in einem Stream an Spenden bekommen, Max. Heute habe ich 1.000 Zuschauer. Alter, was willst du? What the fuck? Rückläufige Entwicklung, ne? Dafür hatte ich damals 0 Immobilien. Heute habe ich mehr, weißt du? Muss man auch mal sagen, ne? Ja, ja, schon richtig. 37.000 Euro fucking Level. Jetzt darf ich nur nicht draufgehen. Auf dem Blick zu deinem Haus. 37.000 Level. Ich darf nicht draufgehen. Das ist ja gar nicht in der Kontrolle. Wie? Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Was soll das heißen? Wollen Sie ausrasten? Rastest du bei jedem Tod aus? Ist das heute auch noch so? Nee, nicht mehr. Ich habe eine Therapie gemacht, ne? Mit so Stromschlägen. Ey, die Sonne auf, um mich zu hauen. Die Sonne. Schreib mir so. Was soll das? Du dumm, heute Sonne. Oh. Das, äh, ja. Mann, warum? Guck mal, wie böse ich da gucke. Siehst du das schon? Ja, wir mischen richtig Pills von dem Ganzen. Guck mal, 19 zu 3 steht es bei den Toten. Pass mal auf, jetzt geht's los. Jetzt guck mal mein Jump-Run-Skill. Jetzt nur noch vorsichtig. Achtung. Da ist die Tastatur! Ich habe auch echt eine unangenehme Stimme gehabt damals, ne? Damals, ja. Max, bitte. Aber guck mal, wärst du besser in sowas? Nein, ich würde das niemals machen. Ja, also. Mann, das ist doch scheiße. Nein, Simon, nein. Du musst doch mal überlegen, dass ich halt die ganze Zeit mit Simon gespielt habe. Das war so schrecklich. Alter, Uwe kann dich aber auch richtig schön sauer machen, ne? Simon ist wirklich der Trigger-Boss, Alter. Wirklich, Simon ist der Trigger-Boss gewesen. Das war schrecklich mit dem, Digga. Wie der Turm! Patrick! Was? Oh, guck mal da. Der hat einen Turm bei mir im Haus gebaut. Achtung jetzt. Mann, du solltest lasst uns doch nicht. Hast du gesehen? Ganz schlecht geschwommen. Das war aber auch ganz schwarz. Das war schwarz. Ja, ja, ja. Jetzt hat es gelackt wegen dir! Du kleineтересesnoircade. Guck mal, habe ich damals nicht rausgeschnitten alles? Achtung. Hier nochmal. Ich kämpfe nochmal gegen den. Mann, das kann doch nicht wahr sein! Dieser Scheiße! Beim T-Shirt steht Make Trouble. Alter Schwede. Das ist wild, ne? Das ist richtig geil einfach. Mann, ich war nicht weiter als da. Halt's Maul! Sehr geil, oder? Ach man, alter, diese Scheiße, die du da gebaut hast. Aus wie vielen Streams oder Videos ist das zusammen? Das kommt mir vor wie ein Video. Es ist, also, es ist schon... Es ist schon... Es ist ein wenige Videos gewesen. Mein Content bestand damals basically nur aus Schreien. Fresse, Simon! Halt einfach deine Fresse! Aber fühlst du dich unterhalten davon? Jaja, auf jeden Fall sehr interessant. Mann, hör doch auf, du Idiot! Guck mal, mein Haus brennt ab. Geil, oder? Das amüsiert einen, ne? Mann, halt die Fresse, hab ich genau! Vor allem, wie schlecht du einfach spielst. Du springst ja einfach rein. Ich glaube, ich muss einfach wieder rumschreien. Dann kommen die Zuschauer auf Twitch zurück. Das ist einfach nur unnötig. So wie dein Leben, Junge. So wie du als Person. Unnötig. Guck mal, das ist aber auch so schwer gewesen alles. Ja, Mann. Was ist denn das Scheiße hier mit dir? Guck mal, ich heule fast. Siehst du das? Ich bin fast am Heulen. Ich bin ganz rot. Guck mal da, ich bei der Weine einfach... Kannst du dir vorstellen, dass unser Nachbar... Ja? Das Wort mit H habe ich sehr inflationär genutzt. Hast du gemerkt, ne? Ja, ja. Kannst du dir vorstellen, dass wir damals immer Stress mit dem Nachbarn hatten? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja? Also gerade auch wenn das nachts oder so passiert, ist ja ganz locker. Eigentlich schon, ne? Das war auch gar kein Problem. Was ist das denn für ne Zeit? Da siehst du halb auf jetzt und halb auf jetzt noch eben. Das war die Transformation, Max. Das war mein Übergang. Das ist so ganz ruhig dazwischen. Scheiße, Alter. Wie peinlich. Guck mal, der hat meine Brücke angezündet. Ich habe die komplett gebaut. Du weißt ja, wie Craft Attack ist, ne? Ja, ja, klar, klar. Das war schrecklich, oder? Es ist immer schrecklich. Bist du dieses Jahr dabei? Ich bin dieses Jahr dabei, safe. Geil. Guck mal, da hinter uns ist Gamers Time. Siehst du das, da? Geil. Der Fette. Bei mir? Was? Nein. 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 Was? Was hat er denn gemacht? Was? Petret! Die Sachen aus der Kiste sind gesprengt. Aber Petret hat es bei dir eigentlich noch? Geil, oder? Das war damals Unterhaltung, ne? Guck mal, Petret hatte damals so ein 8 Euro Mikrofon von Aldi. Hörst du das? Ich wollte auch gar nicht fragen, was ist da los? Man versteht auch gar nicht. Das haben die 60.000 Leute angeguckt. Junge, mir reicht es, Petret. Ich schwöre dir. Ich hab da ganz lager in die Luft, Petret. Ey, Lieber, hör auf! Hör auf! Immer dieses langgezogene Hör auf. Das hört man heute noch manchmal bei dir raus. Oder? Kommt das manchmal noch durch, ja? Ja, ja. Das kommt manchmal noch. Hör auf! Scheiße, scheiße, Alter. Scheiße, Mann. Wie peinlich. Ich bin runtergefallen! Alter. Aber ist auch schwer gewesen damals, Max. Ne, wirklich. Guck mal da. Und jetzt Simon noch dazu. Mann, Simon! Hier bin ich auf! Mann! Da bin ich schon umgezogen. Guck mal. Da seh ich aber älter aus als sie hat. Siehst du das? Weiß ich nicht. Das ist auch ein bisschen. Das ist so ganz komisch. Das ist so. Genau. Sollen wir mal ganz kurz gucken, wie gut ich in Fortnite bin. Okay? Schau. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie gut ich in Fortnite bin. Wir switchen mal ganz kurz. Ach, guck mal. Guck mal. Da kann ich Faze noch leichter erkennen. Boah, Bruder. Dafür gibt es einen Twitch-Bun. Das darfst du nicht sagen, sowas. Ach so. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Guck mal, wie... Unge, Alter. Wie legendär. Guck mal da. Wie ich versuche, hier zu editen. Hast du gesehen? Stark, ne? Stark, oder? Holy shit. War gut, ne? War gut gemacht, oder? Also, auf dem Level so schlecht war ich noch nie. Das war ja ganz schlecht. Mann, Max. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ja, okay. Guck mal, bisschen Roleplay auch immer gemacht. Geil, das ist wichtig. Guck mal da oben. 0 neue Insider, 0 neue Subs hab ich da bekommen an dem Tag. Kann man so ein bisschen tun. Oh. Guck mal, Aim. Brrrr, hast du gesehen? Krass, ne? Holy shit. Season 1, damals schon rasiert. Das sieht aus wie Season 0 gefühlt. Guck mal da. Der Aim. Siehst du das? Ja, Mann. Und der andere sagt doch, ich lass dir den mal. Razor Roosters, kennst du, ne? Lol, wie geil. Ja klar. Der sagt, ich lass dir den mal. Wie cool, ne? Kann doch nicht sein, Junge. Guck mal, wie gut ich bin. Siehst du das? Boah, hast du gesehen? Alter. Ja, aber krass. Und der hat doch gesagt, nice. Wie schnell hast du ihn gekillt? Das war ja eine Sekunde krass. Im Maximum. Take on me, take on me, take on me. Auch unterhaltsam, oder? Aber richtig unangenehm. Mhm. Das ist richtig unangenehm. Das kann ich mir nicht so gut angucken, sowas. Ne? Kennst du so ein TikTok-Cringe-Video? Ja, da gehöre ich rein. Ja, genau. Was ist das? Genau, das auch. Ja, weiß ich nicht. Ich hab halt da die Musik sehr gefühlt, ne? Ein bisschen. Ja. Guck mal, wie ich baue. Solid, Alter. Geil, Mann. Geiles Aim, oder? Alter, das ist... Geil, das muss ich sagen, also so alte Fortnite... Boah, das war krass, oder, Max? Das war krass, ne? Ja, schon mega krass, ne? Boah, heftig. Das war echt, beim 18. Shot, das war nice. War gut. War gut. War gut. War gut. War gut. War gut. War so sauer. Hab ich auch gefühlt. Hab ich auch gefühlt dabei. Toll. Guck mal, Jodie sitzt daneben und fragt sich, warum wir keine Zeit miteinander verbringen. Siehst du das, Links? Deshalb haben wir auch Schluss gemacht. Naja. Boah, war stark, ne? Boah. Geil, oder? Stark und unangenehm. Stark und unangenehm. Ja. Aber hättest du damals gesuppt? Weiß ich nicht, du. Obwohl, ja komm, ich sub jeden, was soll's. Mit Orange im Orange. Alter. Was? Nee. Ich raste aus, Alter. Konnte ich nichts für. Da konnte ich nichts für. Wie, da konntest du nichts für? Das war random damage, Bloom. Alter, ich schnauze. Ganz ehrlich, fix euer scheiß Game, Alter. Nach einem Headshot. 2 AP, Alter. Nee. Nee, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Da hab ich wirklich keinen Bock mehr drauf, Alter. War bock knapp. War bock knapp. Schick euer scheiß Game. Come on, Digga. Ich bin Competitive-Spieler, hör mal auf jetzt. Ich hab 15.000 Euro Earnings. Hey, was ist denn das, Mann? Ganz ehrlich, Mann, da kann mir keiner erzählen, dass das richtig läuft, Alter. Doch, doch, doch. Digga. Würdest du sagen, meine Unterhaltungswert ist ja gesetzt durch Schreien? In Minecraft bin ich durch, in Fortnite rasiere ich auch eigentlich, ne? Hm. Das ist immer so abwechselnd, ne? Du rasierst echt krass. Ja. Ich wünsche, dass du morgen vom Auto... für deine Bastard-Spielweite, Mann. Ja gut, das ist jetzt zensiert worden, zum Glück. Achtung, jetzt komm mal. Boom. 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 Da wird nicht gebaut. Da wird nicht gebaut. Da wird nicht gebaut, Max. Da wird gehittet. Hey, was frisst der denn, der Bastard, Mann? Wo war ich denn da? Wo hab ich denn da gespielt, Alter? Junge, Alter. Digga, wie viel AP hat der denn? 42, Mann. Du hast ihm nur so Scheiß-Hits gegeben. Was soll man denn da machen? Das ist aber geil. Da würde ich richtig ausrasten. Das war geil. Na, also ich fand schon, dass ich sehr solid gespielt hab. Ja, ja. So singen, Leute. Hat dich durch den ganzen Club verfolgt? Ja komm, wir lassen's einfach, Max. Ist egal. Ähm, Leute. Das war's an der Stelle von diesem wunderschönen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Da schaut gerne bei Trimax und Lost Moments heißt es, glaube ich, vorbei, ne? Mhm. Mach immer gerne Werbung dafür. Ich krieg hier auch 20%. Äh, ja, Max. Und wir gehen jetzt eine Runde, ähm, äh, Minecraft-Spiele, Leute. Minecraft-Daddeln. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss, meine Freunde. Bye-bye. Ciao. Haut rein, tschüss.